Hey Guys! Heute habe ich dich nicht gefunden. Ist das mit dir noch windig? Aber vielleicht hast du es dir verstehen. Ich entschöne doch dann nicht, ob er irgendwann irgendetwas verteilen, was ich selbst in meinem Leben erfahren habe. Einmal aus einem Mal. Denn ich wollte, dass ich so lange immer so bin, und ich hätte verstanden, dass ich da drauf wollte. Pferde und du fang für jeden. Denn ich wollte, dass viele Menschen, die haben dort so geholen, wenn sie sich geflogen haben. Einfach gesagt, nicht hingetreten. Und ich wollte, dass sie die Päne geschnitten haben. Einfach nur Wäudeau. Wenn die Wäudeau hier nicht ganz schärfer ist, dann habe ich da mal so eine Pärle annehmen für Wäudeau. Ich wollte euch sagen, dass es schlecht ist. Fährt nur halb. Aber ich wollte euch zeigen, was ich ganz klar erfahren habe. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, drei Jahre alt sind, wenn ich meine Leutons sind zurücknehme. Und dann weiß ich dort auch, weil ich habe das alles auf keinen Füdsinn gedacht. Nicht bloß ein Betäpp-Besinn annehmen, oder Mögerspratzen anlagen für Wäudeau. Für Wäudeau. In Lothar, viele Jahre in Lothar, da sind jetzt noch alle Jahre in drei, dann lädt ich meine Päne ausdrücken, da wird es so gefühlt. Und in meinen Grillen verbrechen, ich weiß dort, ich werde mich ziemlich sicher, da wird es verbrechen, in der Baktien, da wird es verbrechen, wenn es so gefühlt wird, da wird es so in Grundlage gefühlt von Bern. Aber ich weiß dort, da mache ich einmal durch. Okay? Ich darf es. Und, ich kann nicht sagen, wie ich in den Tänien dachte, ich habe hier unten, aber ich bin doch zwei. Denn am Frühjahrgang, hast du alles Rüttchen, was heute alle, äh, alle Spellerschrüttchen, die wir hier haben. Und, Lothar, dort dort wollen, dort dort wollen, ich kann es nicht betäben, wenn ich betäpp habe. Und, ich höre nicht von so einem Gedanken, auch nicht bloß einen Betäpphallen hernehmen, und nicht bloß für den Betäppmögerspratzen. Für Entzündung, für Entzündung, es sei viel Wäscher, von einer Seite, wo ich habe, aus, äh, aus, für heute auch. und, äh, und, äh, ich höre mir, die auch, die zufrieden, wenn ich da wollte, auch, von den Tänien kriegen. Und, das wäre mir nicht lieblich. Ja, das wäre ein Schlamm, oder was, sondern Leute weiß ja auch, das wäre mir nicht lieblich. und, und, kann ich betäpphallen, wo ich mir was halb. Wenn eins fah mir dort bei, ich höre dort auch mal, als ich mal erfahre, wenn ich so irgendetwas habe, dann muss ich nicht bloß, äh, für Betäppen annehmen, dann muss ich für Entzündung annehmen. Und dann fahre ich, und kaufe ich mir Entzündungskopslein, und, äh, und dann, äh, und dann, äh, werde ich da, werde ich nur steig gebrauchen, dem Paddel, und dann, dort werden so eine Kopslein, wo, äh, Plastik in der Kopslein, wo du, äh, aufzustritten gehen, und, äh, und dann, äh, dann werde ich mir dort Pulver, in den Köffel nennen, und dann warm mit Wutte, Köffel warm mit Wutte, wo der Fenn warm wird, dort du abläusen, und dann, und dann, noch ein bisschen Schluck, dann habe ich da den Müll, und dann, wo das erst du, bei dem Schlamm, so wie ich mich hier, in die Kenne trinken, wo das Tue erstmal wölken können, war ich da bloß abgeschlucken, da. Und dann könnte ich mich mit dort, könnte ich mich da weiter was, was ich merken soll, was ich dort mithauen kann, vielleicht bin ich im Monat das dort, und dann mit eins, dort wird vom Boden noch, all, äh, ganz Tue halt, wenn man eins, äh, ein Tag, bei der Arbeit, dann krieg ich vom Banakorn, Tänfleisch, sperrig dort, dessen, dessen Specker, krieg du auch, wo die Tänne gerätten wird, aber vom Banakorn. Da wird auch noch ein Bett, wo, wo, wo auf einem seine Taun dort, und in, im Mühl, wo es freundet ist, du mal den ganzen Tieter und, und Pärker, nicht, auf einem seine Taun dort so ertragen, und das wird mir dann auch gehen. Und auf dem ersten Montag, eigentlich auch so, bei Montag, wo ich hoffe, wo mich immer so lange fährt, und ich tue es wieder, ich fuhr dann mit Tieter in den Hüsten Montag, in einem eigenen Spiel, ja, du hast einen Specker, und nachher, nachher, ich eignet mich einen Speckerpüller, und heute in der Rüte, bevor ich tue ein bisschen Späler von, von den zwei breiten Tän, die du doch nicht richtig genommen hast. Okay? und ich werde alle Dage, in der Nacht, wo ich, muss Verenzinnung annehmen, was ich dort gesteuert, Verenzinnung, weil dort kann ich mich da weiter, tun, wo ich mich mit herpauen könnte. Und, ich sind schon dachte, ich will die schöne Messina rutschgeben, und ich will ihnen zeigen, was ich dann für Messina, Verenzinnungsklubs, in der Brücke, und ich hatte, nur noch mal die Brücke, und ich kann es immer wieder aufwärten. Ich habe viel mehr, als wenn ich bloß, bloß für Video annehmen, das. Ich kann hier nicht die Tösschen gewissen, das ist ein Name, wie ich hier das sagen. und das ist ein Koppchen, direkt an oben, in den Köffelbüten annehmen, und das ist dort annehmen. Und, 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 und falls ich so fährt, um an einem da die Stelz fährt, wenn er halt auch weit nicht hat, dann fährt einer da. Und, 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 Weideau und ich wusste, dass wir in Weideau kommen, und an der Abläufe, was ich auch mal getan habe, für Weideau, dann fällt mir das ein. Ich verlegte eine Pharmacia und kaufte mir ein Daußes in die Entzündungsschöpflein, und dann habe ich Fuß eine an und dann habe ich vielleicht drei paar Stunden später noch einmal, und dann sage ich, dass wir alle auch stehen, aber ich durfte dann immer Fuß eine Geste mit der Stöcke. Und in der letzten Jahr habe ich noch einen Tag, und ich habe nicht weiteres Video gemacht, das ist noch lange nicht besser. Das Spiel mit der Video wird immer gleich, und ich sei mir sicher, wenn ich bloß heute für Video ein bisschen verfallen habe, und ich würde auch hier machen Weideau, der ich nicht mehr sagen muss, was ich noch habe. Bei der Pau, Pau für Weideau, wird immer ihr von der Pau annehmen, der wenigste Pau hat dort Stoffmank für Entzündung. Der Pau, der nicht einen Entzündungsstoffmank hat, der wird nicht die Entzündung wegnehmen. Und bei einer Entzündungsköpfle, einer Entzündungspau, der immer dort ist, und wenn der Entzündung wegnehmen wird, dann wird der Weideau der Kumpf an der Entzündung her. Und ich habe auch schon gehört, Menschen, die immer rühren mit der Pau nicht nur, sie haben sich mit einer Töne geraten, sie haben sich zusammengeraten und operiert, und sie haben sich neu geschnitten, sie haben sich neu geschnitten, sie haben sich noch verletzt, und die Faut an den Pau, an den Hohen, wo er eine Entzündung bekommen wird. Und eine solche, eine Fremdmeer, die zahlen dort, dann, wenn ich euch den, auch da drüht, dann wollen wir auch nicht glauben, weil ich sage, Pau, wo kannst du, bitte ein Bild gekopst, denn nicht hier. Und, äh, kann ich auch in Formasie gehen, die Mischte Formasias. Und, äh, heute fuhren Pau dort. Vor der Lüthau begann ich auch, und, wo der mit den Weideau. Dann seid ihr heute von da noch keine, keine Betätfellmeierer eignen. Vor der Pfui zu unten wird gestrückt, sind diese Kopze eignen und von dem Wierach oder alle, was wird die alle auch schon, während sie ein Entzündung, wieder Entzündung gebieten, dann wird er bei dir auch werfen, ja. Aber was es euch lebt, ich seh ein Schindaktor, ich seh bloß, vor dem ich selbst erfahren hab, vor dem ich selbst belebt hab, und er ist halt so dazwichtig, von einer, Und dann sind die Dinge, wir wollen das, und dann können wir das mitmachen. Und ich wollte auch viele Menschen sagen, dass ich das selber gedacht habe. Und ich würde es fahren, wie das war. Und ich dachte auch so, ein Video merken von dem. Wir können vielleicht in diesen Menschen nicht halten. Und wir haben das gleiche Mettkind. Und wir haben das gleiche Mettkind. Hier war es Lothar.